Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem siebten Video der Playlist Koordinatengeometrie und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir den Länge bzw. den Betrag eines Vektors berechnen. Ihr seht, das hier sieht vielleicht wieder kompliziert aus, aber es ist wirklich ganz einfach. Wenn wir hier so einen Vektor haben im dreidimensionalen Raum, Vektor A mit den Komponenten 3, 5 und 2, dann können wir den Betrag bzw. die Länge ganz einfach berechnen mit Hilfe dieser Formel. Wir haben ja drei Komponenten, einmal x1, x2, x3 und diese setzen wir einfach ein. Wir schauen uns das erste Beispiel an und führen das direkt mal durch. Wir setzen für x1, 3 ein, für x2, 5 und für x3 setzen wir 2 ein. Gut, das berechnen wir dann einfach einmal. Wichtig, achtet mal auf die Schreibweise. Betrag von Vektor A und dann 3, 5, 2, alles ins Quadrat und darüber die Wurzel gezogen. Können wir einfach im Kopf ausrechnen. Wenn wir das einfach im Kopf ausrechnen, ist es Wurzel 38. Wenn ihr keinen Taschenrechner habt, dann lasst ihr das einfach stehen. Wir wissen es, wir haben einen Taschenrechner, ist 6,16. Was bedeutet das jetzt anschaulich? Die Länge eines Vektors, wenn man das jetzt messen würde von diesem Vektor, die wäre also 6,16. Merkt euch das einfach, wenn ihr die Länge eines Vektors berechnen wollt, berechnet den Betrag. Zweites Beispiel, hier seht ihr diesen Vektor, da berechnen wir auch einmal die Länge oder den Betrag von. So würde der Vektor aussehen im dreidimensionalen Raum, der kommt aus der Ebene heraus. So würden wir es aufschreiben. Betrag von A ist minus 1 ins Quadrat plus 0 ins Quadrat plus minus 3 ins Quadrat. Jeweils immer die Klammern gesetzt. Also einfach die Komponenten eingesetzt. Und da kommt Wurzel 10 raus. Wurzel 10 ist ungefähr 3,16. Wir haben jetzt nochmal eine kleine Aufgabe für euch. Den Betrag dieses Vektors einmal im Kopf berechnen, also ohne Taschenrechner. Am Ende die Wurzel einfach stehen lassen. Probiert mal und pausiert. Wir gehen genauso vor wie im Beispiel. Schreibt bitte erst immer auf Betrag von A und dann Wurzel 3 Quadrat plus minus 4 Quadrat plus minus 2 Quadrat. Immer auf die Klammern achten. Ihr seht also, ich habe nichts anderes gemacht, wie die Komponenten einfach eingesetzt, die wir hier farbig markiert haben. Und dann kommen wir auf Wurzel 29. Und das ist schon Ergebnis. Auch wenn du das im Taschenrechner freien Teil so hinschreibst in deiner Arbeit, kriegst du da die volle Punktzahl. Die häufigsten Fehler, die hierbei gemacht werden, ist, dass keine Klammern gesetzt werden im Taschenrechner. Das heißt, dieses Beispiel hatten wir schon mal ein paar Videos davor. So ist es auf jeden Fall falsch. So dürfen wir es nicht machen. Wir sehen hier minus 3 ins Quadrat. Da muss man einmal bitte die Klammern drum setzen. Das ist falsch. Richtig wäre es so. Die Klammern setzen, dann macht ihr alles richtig. Und ja, habt auf jeden Fall volle Punktzahl. Im nächsten Video geht es weiter Vektoren addieren. Das zeigen wir euch einmal anschaulich und einmal natürlich rechnerisch, dass ihr beides könnt. Also bis gleich. Ciao. 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 Ciao.